Hallo liebe Freunde, in unserer heutigen Folge tauchen wir ein in die faszinierende Geschichte der deutschen 128 mm Panzerabwehrkanonen. Wahre Giganten auf dem Schlachtfeld Die Entwicklung der 128 mm Panzerabwehrkanone begann im Jahr 1943 und als Basis wurde die Flak 40 Flugabwehrkanone aufgrund ihrer guten ballistischen Eigenschaften verwendet. Die ersten Prototypen wurden von den Unternehmen Krupp und Rheinmetallborsig produziert, doch nach Tests wurde die Kanone von Krupp zur Serienproduktion zugelassen und im Dezember 1943 begann die Produktion unter der Bezeichnung PAK 44 bis März 1944 wurden 18 Kanonen produziert. Die Kanone wurde auf einer speziell entworfenen kreuzförmigen Lafette montiert, die es ihr ermöglichte, horizontal 360 Grad zu schießen. Dank ihres halbautomatischen Verschlusses hatte die Kanone eine Feuerrate von bis zu 5 Schuss pro Minute, obwohl das Laden ziemlich zeitaufwendig war. Für den Transport war die PAK 44 mit vier Rädern mit Gummireifen ausgestattet, was es ihr ermöglichte, eine Geschwindigkeit von bis zu 35 Kilometern pro Stunde zu erreichen. Aufgrund des hohen Gewichts des Artillerie-Systems Über 10 Tonnen konnte es nur von Halbkettenfahrzeugen mit 12 oder 18 Tonnen gezogen werden. Die PAK 44 verwendete Geschosse mit einem Gewicht von 28,3 Kilogramm Panzerbrechend und 28 Kilogramm Splitter. Die Panzerdurchschlagskraft der PAK 44 betrug 200 Millimeter in einer Entfernung von 1,5 Kilometern. Sie konnte jeden sowjetischen, amerikanischen oder britischen Panzer aus sehr großer Entfernung besiegen, verglichen mit der Reichweite der Panzer war das enorm. Außerdem führte das große Gewicht des Projektils dazu, dass ein Panzer, selbst wenn das Geschoss die Panzerung nicht durchdrang, in 90 Prozent der Fälle dennoch schwer beschädigt wurde. Im Februar 1944 begann die Produktion der 128 Millimeter Panzerabwehrkanonen PAK 80. Sie unterschieden sich hauptsächlich durch das Fehlen eines Mündungsbremsers von der PAK 44 und diese Kanonen wurden von schweren jagdiger Panzerjägern und Mauspanzern verwendet. Im Frühjahr 1944 baute die Firma Krupp zwei Prototypen, bezeichnet als K81-1 und K81-2. Der erste war ein PAK 80-Lauf, montiert auf der Lafette einer erbeuteten französischen 155 mm-Kanone. Sie wog 12 Tonnen und hatte einen horizontalen Schwenkbereich von 60 Grad. Sie verwendete dieselbe Munition wie die PAK 80. Die 128 mm K81-Halbe hatte denselben Mündungsbremsen und wurde auf der Lafette der sowjetischen 152 mm-Haube CML-20 gebaut. Im Vergleich zur K81-1 war sie leichter, wog 8300 Kilogramm und hatte einen horizontalen Schussbereich von 58 Grad. Am 25. Oktober 1944 wurde in Hitlers Hauptquartier beschlossen, 52 PAK 80 Kanonen auf französischen und sowjetischen Lafetten zu installieren und sie als Panzerabwehrkanonen zu verwenden. Am 8. November wurde der Stab für 128 mm Kanonenartilleriebatterien genehmigt. Sie bestanden aus 6 K81-1 und 6 K81-Halb. Von April 1944 bis Januar 1945 fertigte die Firma Krupp in Breslau insgesamt 132 der gewaltigen 128 mm Kanonen. Während 80 davon speziell für den Einbau in die mächtigen Jagdtiger- und Mauspanzer sowie für Ausbildungszwecke. Darunter das Training von Selbstfahrlafettenbesatzungen vorgesehen waren, fanden die übrigen 52 Kanonen auf Feldlafetten montiert als eigenständige Panzerabwehrkanoneneinsatz. Obwohl bis zum 22. November vier Artilleriebatterien mit je zehn dieser Kanonen aufgestellt wurden, konnte die geplante Sollstärke zu keinem Zeitpunkt erreicht werden und die Anzahl der Kanonen in den Batterien blieb letztlich hinter den Erwartungen zurück.